Das ist komisch. Gott! Ja, Foxy. Dankeschön für's heutigen Quizmonster-Wirsch. Ja, hab ich auch schon gesehen, Stevie. Ich muss meinen Follow-Sound, glaub ich, lesen. Okay. Ich schaue da hin. Dichter. Chat im Blick. Ich schaue da hin. Oder zu EG-Brett haben wir. Hm. Hi. Also entweder Buch, Orb oder... Na, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Ich frag doch nur... Ich kenn doch meine drei Liebdinge. Ach so. Was war das letzte? Fingerabdrücke, Buch oder Orb. Buch ist Dämon, Fingerabdrücke ist Gespenst, Orb ist Meere. Keine Ahnung, ich find die Knochen nicht. Ich sag mal, oben ist das Dachbund vielleicht? Ich hab jetzt überall geschaut. Ich hab vielleicht auch wieder auf dem Esszimmertisch oder so. Ich hab dann nie weiß doch, dass ich meine drei Lieblinge kenne. Apropos Nani. Eine Kamera. Bittest du? Na, hier oben. Wir haben eine wunderschöne Meere in dem Zimmer. Okay. Ja, ich hatte die drei am Anfang so oft, dass ich die ja komplett auswendig kenne. Mittlerweile sogar schon den Revy. Oh, das ist ja ein winziger Orb, aber süß. Die sind immer so winzig. Die sind immer so winzig. Arme Meere. Sie. Wollte ich nicht. Wollte ich. Kannst du dich zeigen? Hi. 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 Wo bist du? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Unser wunderschöner Mare. Die Mär mag kein Licht. Das stimmt aber ja was. Wissen wir, sie hat Angst dafür. So weit wenig. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit des Hans. Die hat da hinten gerade Licht angemacht, ne? Eine kaputte Mähre. Das ist ja auch so, sie hantet dem Licht weniger. Zeige dich, zeige dich, zeige dich. Sie macht dann normalerweise das Licht aus, bevor sie hantet. Zeige dich. Wo bist du, du kleiner Ratte? Ups, ich habe versehentlich Rechtsklick gemacht, ich habe die Räucherstäbchen benutzt. Ich freu dich dich. Zeige dich. Das ist Carlo. Okay, also ein Geist namens Carlo. Hatte ich auch noch nicht. Da steht nicht Carlo, das ist Carol. Ah, okay, das erklärt alles. Carol? Also wirklich Nanni. Also wirklich Nanni. Foxy versucht sie jetzt mit Carlo. Wahnsinnierte Geist hier ist wirklich Carlo. Ich dachte, da Carlo ist ein R. Ja? Oh, okay, das war der Sicherungskasten. Der Sicherungskasten ist da hinten. Ich weiß. Wie kannst du denn auch? Oh. Was fehlt dir nur ein? Was fehlt dir nur ein? Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du Vielen Dank. Ich komme rein und erhantet. Ich gehe in das Haustrad und erhantet auf einmal. Klingt besser. Hier hat er gerade Herzschlag. Der ist im Flur, also gespawrt oder so. Ich glaube, der ist in den Anniher. Ich gehe in das Haustrad und erhantet. Ich gehe in das Haustrad. Ich gehe in das Haustrad. Ich gehe in das Haustrad. Ich habe es geschafft, dass die Tür verpackt war. Jo, ich habe es gehört. Bei Gaming war die offen? Ja, ich habe sie aufgemacht. Auf einmal hantet sie. Ich bin durch die Tür gegangen und die ist offen geblieben. Alles klar. Ich habe mal das Kreuz jetzt weiter hinten hingewiesen. Alter. Kann ich mal aufhören mit dem Kasten? Kannst du dich zeigen? Ja, kann sie. Aber etwas anders, als wir es wollen. Ich will mit dem Kasten. Ach. Du, wenn ich das wüsste! Machen wir doch noch Hinterreaktionsfotos? Oder eher nicht so? Oh, da liegen sie! Guten Appetit! Danke, war sehr lecker! Freut mich! Waren extra spezielle Tic Tacs! Was denn? Oh! Ach, echt jetzt? Ja, siehst du doch! Die hat doch aber grad schon viel! Ist es ein Dämon? Ah ne, warte! Ein Meer! Ein Dämon war vorher! Ist es ein Meer, wenn das dunkel ist und, äh, also wenn du kein Licht an hast und die Meer herum, handelst du grundsätzlich schneller und öfter. Ist mir jedenfalls mal so aufgefallen. Und Sanity unter 50 im Durchschnitt. Ja, als Gesamtsanity. Jagt sowieso jeder Geist mehr. Auch nun mal, dass Foxy das überlebt. Ich muss dir übrigens jetzt noch was in Discord schreiben. Ist mir grad eingefallen. Wegen der Nachbarn? Nein, nein, was anderes. Okay. 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 Sie schreibt mir gerade etwas auf Discord. Sie schreibt mir gerade etwas auf Discord. Sie schreibt mir gerade etwas auf Discord. Ich dachte, ihr habt die Fotos. Das Foto ist schon fertig. Das habe ich schon gemacht. Nein, ich meine die Interaktionsfotos. Ich dachte, die hättet ihr schon. Dann fahr' wir los, oder? Dann fahr' wir los. 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 Dann fahr' wir los.